Na schön, jetzt ist mal Ruhe, ha? Haltet die Klappe Ruhe, Leute! Kommt schon, shh! Hört zu, Helen hat euch was zu sagen! Seid ruhig! Danke, Crazy Steve! Ich hab euch so früh herbestellt, weil ich euch etwas mitzuteilen habe. Wir freuen uns auf alles, was Sie uns sagen wollen. Aha. Nach meiner Hochzeit nächste Woche werde ich hier im Kino voraussichtlich etwas kürzer treten. Also habe ich beschlossen, einen neuen Assistenten zu ernennen. Ich hab jemanden ausgewählt, der verantwortungsbewusst und hochintelligent und auch nicht vorbestraft ist. Verdammt! Ich hab jemanden ausgewählt, der verantwortungsbewusst und hochintelligent und hochintelligent und hochintelligent und hochintelligent und hochintelligent. Ich hab jemanden ausgewählt, der verantwortungsbewusst und hochintelligent und hochintelligent und hochintelligent und hochintelligent.